So, probieren wir gleich eine neue Camp-Pose aus. Pass auf, wir schauen, ob das Clash auf. Das ist so wenig wie möglich, Handbewegung. Und das mit deiner Handbewegung. Also ich kann schon kommen. Dadurch, dass du die Hand so wegrückst, ist ja logisch, dass die Schwerkraft deinen Schrift raushauen will. Wenn du den COP jetzt ungefähr hier, wenn du den jetzt bloß mit dem Finger so machst, bewegte sich hier auf diesen Zeigefinger der COP. Somit haut es nicht nach unten. Wenn du den Stift natürlich hier ganz weit hinten nimmst, dann hat er natürlich runter. Nimmst du aber mehr in der Mitte, passiert dies nicht. Okay? Und du musst halt probieren, um einfach mal was echt zu gemacht, damit er mit der Stift hier rauskommt. Also dass er so rauskommt, habe ich die Handbewegung benutzt. Aber mittlerweile geht es mit dem kleinen Finger habe ich immer noch das Problem. Oh, gleich geschafft, naja. Also wie gesagt, keine Handbewegung, da fliegt der Schrift weg. Bloß. Zack. Ist nicht viel. Also Handbewegung ist doof. Was ist denn so, ist besser. Tja. Auch selbst mir fällt er noch runter. Oh, dafür habe ich ja mehrere Stifte. Ich rede immer zu viel. Das weine ich sogar noch. Nein, nicht, aber egal. Ich hoffe, das hilft der Weiterfahrt nicht, ich rede Nummer 1 ohne viel Glaube vielleicht. Aber bei 5 MB, denke ich mal, die letzten MB machen es einen Rund. Also, have fun beim Lernen.